Und da sind wir wieder hier zu Hello3 mit Gute Bolle und meine Möglichkeit, euren Alpha Chief. Und wir müssen, glaube ich, jetzt zu einer mega fetten Superschlacht. Eine fette, fette Party. Wo war das denn noch immer? Stefan Rapp. Genau. Lang, lang ist es her. Wo das Fernsehen noch Bedeutung hatte. Ohne Witz. Ja, es hat Bedeutung nicht, aber wo Stefan Rapp noch gut war. Ja, stimmt. Der war mal gut. So, unten. Genau. Warte mal was. Flut, Flut. Mit all die Flut. Flut. Böb. Hm, lecken, jo. Ah, jetzt haben wir sich an die Roten bemächtigt. Prost. Brut. Oh, ich bin leergeschossen. Ich brauch eben eine Knarre von dir. Woher kommen die ganzen Viecher? Ja. Weil wenn du überlegst, eigentlich in jedem Halo-Ring sind es eigentlich Platz, ne? Ist das so? Ja, das ist so. Wer sagt das? Ich sag das. Hast du nicht zugehört gerade? Ja. Explodier doch, Alter. Mach's uns doch nicht so schwer. Ah, lecker. Da sind die, sind die schon tot, weißt du? Und dann... Minidle heichen immer noch mit. Haben wir hier Hornets oder sowas? Oder kriegen wir hier noch Hornets? Haben wir irgends zum Schießen. Ich bin so gelöst, das ist von mir geschossen. Oh, die Platz töten war richtig cool, unsere Leute. Voll cool. Beifahrersitz. Willst du mich verarschen, Penner mit der Schrote? Na, jetzt auch noch sowas. Der Penner mit der Schrote will mich verarschen. Weißt du, warum? Wieso? Der hat eine Schrote und sitzt auf meinem Mongos. Ich fahr mit einem Skoppen. Achso. Ich will so Skoppen fahren. Was hast du denn da? Ein Lugos-Kanone. Gut. Ja, dann steig rein, komm. Kommen alle da? So, ja. Okay, okay. Dann fahr' mal voraus. So, Alter. So. Guten Tag. Uh, brechen sie in die Zitadelle ein. Ah, kein Thema. Dietrich hab ich immer mit. Oder ein bisschen Butter oder sowas. Margarine? Die von Rama. Schleichwerbung. Ich kenn sonst keine andere. Von Bama? Wahrscheinlich gibt's die Maka auch noch. Das sagt einfach so Product Placement Blast. Nee, sonst müsste ich das ja... Sonst müsste ich das ja... Fehlzeichen? Genau. Da ich aber keine Produktplatzierung habe. Da ich ja kein Geld für irgendein Produkt bekomme. Ich find das Wort ja gar nicht. Product Placement. Ja. Alles klar. Irgendeiner lebt da. Wo? Oh, schäbe ich hier nicht? Schanze. Mach du mal. Ja, das kommt verdummt. Du musst ja die krassen Bilder machen. Ja, warte, ich steh... Nee, du kannst ruhig fahren. Ich steh dann auf dir. Nee, nee. Mach du mal. Verdummt. Okay. Dann kenn ich ein bisschen chillen. Aber das ist auch noch ein... Auf der linken Seite hast du noch einen, der mit deinem... mit der Rocket. Ah. Ah. Das ist auch... Oh. Huff. Huff. Hier noch irgendwas... Oh. Da noch irgendwie... Es kommt mir so vor, als käme jetzt gleich unendlich goes. Glauben. Volles Haus. Ja genau. Ich weiß nicht, wo die damals gesagt haben, richtig krasses Schlachten, so Luftschlachten, ne? Ja, die waren nur da oben, nicht für uns. Oh, Alter. Jetzt häng ich hier fest. Really? Ich hab grad ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht auch schon mal gehabt? Nein, haben wir nicht gehabt. So schlecht... Hatten wir. So schlecht warst du noch nie. Hatten wir. War schon immer schlecht, aber das hab ich schon... Ich war nie schlecht. Stimmt, weil auch nie gut warst. Hm. Problem, hab ich das wohl? Von mir nicht. Ach doch, natürlich. Kannst nur eins. Nur sterben. Immer auf die anderen Schäden. Da sind wir die Besten. Das sagt dir ja richtig. Du bist der König, der andere Spielerei. Ach, mach doch gar nicht. Natürlich. Alles durch harte Spielstunde arbeitet. Harte Spielstunde? Wir reden nicht von deiner harte Spielstunde an dir selbst. Das wird doch klappen. Willst mich jetzt verarschen? Ich wusste es. Ich sag ja, mir kommt's dir vor als kein Unendlicher. Ach, ja. Ist da überhaupt einer am Leben drunter? Ich weiß es gar nicht. Egal, einfach schießen. Warum? Gut schon getroffen haben. Och nö. Lenkt den Panzer nicht so ab. Mein Rocket-Typ, der kann gar nicht schießen. Unseren Pästchen haben wir damals auch schon gemacht. Das ist aber schlecht. Eigentlich könnte ich versuchen. Kriegst du gerade an, oder? Aber müsste ich nicht. Das wäre jetzt ein Anzeichen der Hände. Ich bin mein Fahrer. Hier sind die Ausführer. Hallo. Oh ja, das ist mein Volk. Wer? Auf die Beine, auf die Beine. Ich versuch's. Auf die Beine. Ach, nö. Okay. Okay, das ist jetzt pervers hier, ne? Ich weiß nicht, ob mir keine 3-Scan-Aktion hat. Ich hatte einen Anruf? Das ist ein Fisch. Weit ich nicht. Es klingt so nach Migrations. Mein Handy-Display läuft jetzt gar nicht. Ich habe noch kein Geld mehr da. Ich habe noch kein Geld mehr da. Keine Leute mehr da. Die wissen es nicht. Ich weiß, ob der Kollege sie. Ich bin mal ein Eifer. Ich bin der, der ein Handy-Suchte. Okay, aber ich weiß nicht. Ist nicht so meins, das Ganze. Alter. Seine Kackbeine. Ich will seine Kackbeine. Kackbeine. Na, kriegen wir noch schon hin. Warum sind da eigentlich 2 Scarabs hier auf mich ballern? Verstehe ich nicht. Oder 4? Das Areal ist doch groß genug für 6. Wir sind doch hier bei Deadpool, wo es kein Geld mehr gibt. Ah, saugeiler. Ah, das Spiel ist aber noch besser. Ach, wie er das alles schon auf die Kippe nimmt, ist wirklich cool. Oh, cool. Ein 8-Bit-Game, sagt er, sondern vor allem. Auf einmal ein bisschen ein 8-Bit-Spiel. Und dann bekommst du ein Handy-Anruf. Ja, Deadpool, weil du das ganze Budget verbraucht hast. Haben wir für das Minimal, was uns umgegeben ist, nur noch eine 8-Bit-Grafik. Okay. So, mit mir drin. Du kriegst einen Anruf. So, wie jetzt. Oder du bist zugetextet von einem Superhelden, ne? So wie über das gute Moral. Und dann steht er, drücke A, um weiterzumachen, um Deadpool zu erlösen. Und wenn du nicht drückst, heult herum, heult herum. Bitte dich dann wirklich, bitte dich als Spieler. Ey, alter. Erlöst mich. Wenn du es nicht machst, erschießt er sich einfach. Alter. Ja, wirklich erschießt er sich. So, eigentlich, hallelujah. Dürfen wir? Ich hab gestern, ne, was wirklich gerade Kurioses gesehen, ne? Aber halt, ne? Hat sie nur ein Fernseher von seiner Firma, halt, ne? Mhm. Ich guck auf den Family, ich guck so, guck halt so mal, so, Family, ne? Aber siehst du da? Da gibt's extra ne Scheiß-Taste für Netflix, ey. Ich denk so, was genau, ey? Ja, stimmt. Die meisten Fernseher haben jetzt so ne, so ne Netflix, ähm, Unterstützung rund Amazon. Ja, das hat ein Ding, ich hatte ein, ähm, Netflix. Ich denk mir so, boah, das ist aber schon echt heftig. Ist nur für so einen Streaming-Dienst, hast du das schon meine? Mhm. Ich hab's ja vor vieles gesehen, ja, aber das hat echt wieder alles getoppt, ja. Alter. Geh's mal wieder down. Na, Digga, geh's mal down. Ich hab' nicht so richtig wieder nach Farben an der Lack, ey. Gleich kann ich ab. Cool nix mit Raketen, die die sich selbst zu suchen sind, ne? Also, zu suchen, verstehe ich, woanders. Ähm. Vor allem schoss ich auf das Ding da oben, was diese Laser abfeuert, ne? so in der hoffnung ist nein ich wollte das war wieder hier ein bisschen dauern danke wer immer noch nicht willst du verarschen oh gott ich muss es um mich gehen hast du noch eine hornet für dich ich habe meine eigene noch okay und du bist bei dem zweiten ich glaube der müsste jetzt einfach drauf der ist natürlich drauf hier haben wir neben dem hatte ich das auch das gefühl schöner was ja hier bei mir der explodiert jetzt gleich halt mit der kamera drauf hat mit der kamera hoch will ich und geht doch das macht er bewegt sich vor allem warum ich denke da vielleicht kannst du auf seinen rücken auf diesen hinterteil schießen an seinem hintern leuchtet es doch so wenn du auf das schießt geht das kaputt und dann kannst du genüsslich hinten an seinem purpose reinschießen okay das habe ich jetzt versuche mich jetzt nicht viel zu bewegen was ich bin oh nein ich bin down verdammt verdammt so ich bin da abend ich bin da jetzt in seine beine damit er einmal wieder down geht war er schon einmal down ja da war schon paar mal unten alter bleib doch mal easy die anderen schießen auch auf die beine rum geht doch we nee das schon das wäre noch und noch geil für meine tue blüste geh doch mal hier kaputt was hat mich denn da jetzt erwischt ach ein fucking ghost haha oh das ist jetzt fies ich zähle zwei skyrats wiederholen zwei snarets das ist jetzt fies warum musst du so schlecht sehen was doch du weißt dass ich tot war ey warum hast du nicht die ghost erledigt als erstes ich war doch tot ja aber davor du hast so die gesehen gehabt das war auf deiner seite willst du mich jetzt verarschen nee du willst ich verarschen nee doch es gibt zwei arten entweder tötest du ihn oder du lässt ihn so bewegen dass er seine eigene leute tötet warum machst du jetzt warum machst du jetzt warum machst du jetzt warum machst du jetzt keine ahnung wer ist der typ jetzt ohne ach der kommt jetzt er kommt jetzt doch nicht oder er kommt doch er ist der katastrophenhundertsfahrer der welt ja jetzt jetzt muss was wieder anders machen jetzt müssen wir das ja wie machen wir das als am besten ohne fahrzeuge kann das jetzt echt ein langes unterfahren werden hm ja man das bin ich sicher aber wir machen den panzer dann schieße ein bisschen mit dem drauf hast du den noch dahinten ne der ist noch da gut mach ruhig dann kannst du vielleicht genüsslich und gemütlich auf die beine schießen stimmt ich hoffe die schieße haben mich nicht ab oder sonst ne ich habe jetzt gehofft ach bin ich zu jetzt war zu hoch ne ja immer klar krippe war zu hoch ist sie auch noch zu hoch ne ja der eine geht der linke geht runter ne ja der rechte der rechte der rechte der rechte der rechte ich glaube der geht jetzt hoch glaube ich oder kannst du reinschießen ja klar guck doch mal ich glaube der geht jetzt hoch ja 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 die kann man drauf hab ich und wir brauchen eine hornet jetzt ist das blöde dran wir brauchen eigentlich eine hornet oder kann man hochlaufen ne der kann man schon hochlaufen oh geronimo ne ne gott hast du gesehen das ich hab's gesehen alter du hast getrankt bruder alter ach ne scheiße ja miss verdammter ja das wird jetzt ein bisschen länger dauern alter wie geil ist das war jetzt so gut ich hätte voll easy drauf springen können und er überfährt mich von der luft aus ich hoffe du bist schnell dort weil der erste auf dem boden ja ich versuch's grad kannst du ruhig weiter ballern ich finde ich finde noch eine passende Pistole ja super geh wieder hoch ich gucke mir jetzt auf dass du langsam bist ja ich schulde mich dass ich nicht rennen kann ja scheiß halt so wenn du es wieder schaffen würdest dann perfekt ich glaube wenn er sagt das ist ein bisschen schwer oder egal auf die beine dass er dann kaputt geht also wieder runter geht weil der bewegt sich grad keinen millimeter ja kann ich mich jetzt wie du mich jetzt so verrückst ja das kann ich nicht versprechen wenn die mir alter die mir nicht so am Sack gehen würden hier ja gott gut gestreckt bist du drinne ich bin drin ja welcher ist immer höher oder bin ich jetzt drinne denke ich mal Boris Becker weißt du noch Boris Becker klar mit dem Satz was war das aber das nicht mit der geschichte von fünf sekunden nicht verarschen das ist keine allgemeinbildung das ist das ist das ist auch so ein allgemeinbildung willst du nicht verarschen würde ich jeder lehrer von johannes sachen die keinen mensch interessieren das ist das was aber kein plan das ist das politische jungen kommen mit wichtigen nachrichten ja das ist das ist das wichtig ist man sich nicht schon wieder wie bescheuert ist das ich weiß nicht wenn ich jetzt noch telekom vom internet das neue dinge das war gehört habe neue erfindungen internet ist ja nicht in die ich nichts wichtiges verklopfe ich dich ganz einfach mal so genau da wirklich zu texten michi müller er sei mich müller ja sag du es mir doch ja du hast auch angesprochen ist ja ich dachte du kennst du alles ja ich kenne auch alles von dir wenn du es auch alles kannst ja das kenne ich doch das würde ich ansprechen hier hoch kann es kommst du mit einem skorpion wahrscheinlich nicht sind die brücke ich würde schon gerne hier hoch weil ich habe ja leider keine hornet das wäre natürlich jetzt viel einfacher ich glaube hoch kommt man hier nicht mehr wir werden es jetzt testen wenn du mich jetzt so anschubst würde ich würde das so warte warte er geht nicht ich habe jetzt gehofft ich muss von hier außen nach hoch zu kommen ja da kommst du die groß weg weil von der knarre her würde es passen wenn du irgendwie ganz nah kommst vielleicht zu zweit stehen und schon mal aussteigen was warte ich muss erst mal richtig stehen ja ich würde sagen okay schade dass du nicht so wenn nun dann glaube ich irgendwie hier stehen würdest könnte es ja du darfst leider nicht zu weit weil es weiß ist du okay stopp 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 okay ach scheiße vielleicht klappt hat sie ist erfüllten diese paar zentimeter hast gesehen ist vielleicht viel also ich meine das fehlt in so paar zentimeter wo du nicht oder ich müsste mehr nach links bringen weil da geht es ja noch ein bisschen tiefer da komme ich dann jetzt mit dem ghost drauf schon wenn du mit dem ghost hier drauf kommen könntest hä, willst du verarschen das war schlecht ich sag jetzt nicht das steht jetzt ja das steht genauso das ist natürlich wieder das ist jetzt geil da steht natürlich jetzt wieder perfekt kann er hat er diesen art schub hat er nicht oder doch hatte er kriegst du auch nicht hin oh ne das ist jetzt ne das ist nicht gut kommst du nicht mehr aufs so ein käse ist da oben skal oder es ging um die musik die wollte ich präsentieren präsentation ok also ich glaube da musst du ich glaube da hilft nichts wenn du von hier unten hoch gehst glaube ich ich kann es testen aber ich meine nicht ich nehme mal eben den ghost mit teste ich dann mal ich meine es ging mit der hornet ganz nach oben und von hier aus könntest du ich weiß aber nicht wie die andere seite aussieht so ein pin hätte ich jetzt wenigstens eine plasma pistole könnte ich gucken ob wenn da noch eine hornet fliegt aber sehe ich jetzt auch nichts so ich guck mal vielleicht kommt doch musik ich weiß nicht meine ist man müsste mit der hornet hoch probiere wieder was studieren ja und jetzt geht es sterben oder was doch nicht hm witzig ne ist ja witzig kommst du nicht so ne leider nicht da ist wirklich die voraussetzung hornet gehe ich mal stark davon aus ich gehe mal eben hier drunter durch weil da wird ja oben falls ich noch erinnern kann es eine musik abgespielt so klavier mäßig ich habe jetzt gehofft gerade ob ich was höre aber was ich komme auch ich bin noch mal ich weiß ich meine ich bin doch mal von der seite doch irgendwie ja wenn es geht wäre super aber man müsste ganz oben an der spitze weil ich weiß wird kritisch aber könnte man versuchen eben rum das ist der knackpunkt wird kritisch wo 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 ja ja tot ok müsste theoretisch ja gut bleibt man genau da vielleicht so gegen die wand gepresst warte 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 ich so und dann gucken wir mal eben nein fehlt ein stück ich komme auch nicht da hoch ja gut auf jeden fall warte 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 willst du probieren komm jetzt wieder zu drauf das ist und kannst du noch mal jumpen wenn ich mit dir mitspringe das wäre es ja mal vielleicht eine master ich versuch es mal spring auf mir genau zack und hoch ähm so tadaa wo ist es doch jetzt versuch es mal was guck mal wenn du irgendwie weiter geradeaus hoch gehst versuch doch mal zu sterben und komm doch mal hier hoch na gut ok das wäre jetzt doof ja pass an das ist ja witzig so geht doch nades helfen ok gut gut so geht das spiel hier weiter oder reicht das wenn ich jetzt da geradeaus gehe warte was ist wenn wir von der seite ich hab ich hab eventuell was äh bleib mal da wo du bist wo bist du komm her so komm her zu mir ja bleib mal da am besten wo du bist ich guck mal was jo genau die richtung ein bisschen berg steigen kann man ja mal machen ja so ein bisschen ich glaube das war es aber dann auch glaube ich leider ja oder doch ich meine du kannst doch immer hier hören ne wo jetzt könnte ich dich ne brauche ich nicht dachte ich mir geht es nicht weiter warte warte boah Sackkasse gut dann gehe ich mal jetzt den Weg ja warte ne ne bleib mal da wo du bist schon zu late ach ne ich kann ja ich komme ja irgendwie und ich komme ja noch da unten hin das ist schon gut so dann gucken wir mal wenn nicht dann beenden wir die Folge ja mit dem kläglichen Versuch da hoch zu kommen ja er war ja wenigstens haben wir uns die Gegend hier angeguckt ja ist auch nichts nope shit das ist wirklich mit Hornet nur warte guck mal da unten geht es noch einen Weg oder nicht ah ne das ist oh da ist ein Banshee nein jetzt hat es gepackt gibt es nicht ich komme hier hoch oder was nein da ist ein Banshee aber die fliegt mit Absicht am Rand herum na gut gut Bolle dann würde ich sagen beenden wir die Folge sehen uns dann in der nächsten Folge genau und machen dann die Schuße zu Ende wir haben dann eigentlich nach dem Level noch zwei Levels vor uns und das war es dann ja dann sind wir auch schon wieder durch das ging ja echt direkt ganz fix ne so bis demnächst bis dann tschau tschau